Mit psychologischen Instrumenten helfen wir Menschen, die Teil des Unternehmens sind, ihre Ziele zu erreichen. Psychologie ist Wissenschaft. Was gemessen werden kann, kann verändert werden. Einige meiner Kunden wollen eine Beforderung in ihrem Job und die Entwicklung ihrer Führung. Andere arbeiten an neuen Ideen und entwickeln Projekte. Es gibt auch Unternehmer, die Ratschläge für Teamarbeit und verbesserte Kommunikation suchen. Es gibt Manager und Zios, die Unterstützung und Begleitung im Wandel und der Kultur des Unternehmens benötigen. Oder es gibt Menschen, die ihren Stress überwinden wollen. Psychologen sind Experten für Verhalten, Kommunikation und Emotionenmanagement. Diese drei Aspekte sind bei allen Menschen und damit auch Unternehmen vorhanden. Lernen, wie man diese drei Aspekte umgeht, ist ein Wettbewerbsvorteil, insbesondere in Zeiten des Wandels, die wir heute mit schnellen Einfuhren neuer Technologien erleben. Nur mit einer Steigerung der Mitarbeitermotivation kann ein Unternehmen im Durchschnitt sein Gewinn um 22% steigen. Das ist viel Geld für das Unternehmen und das Vollergehen der Mitarbeiter. Es ist eine Win-Win-Situation. Der Veränderungsprozess erfordert Zeit und Geduld. Viele Menschen beginnen sehr aufgeregt, aber am Ende des Weges brauchen sie mehr Unterstützung und Ermutigung. Unser Gehirn gibt uns viele falsche Argumente, die eigentlich Ausrede dafür sind, dass wir zu den alten Gewohnheiten zurückkehren. Alle in der Umgebung erfordern täglich kleine Pushes. Es braucht Zeit. Andererseits ist jede Person und jedes Unternehmen anders, sodass jeder von mir gestaltete Arbeitsprozess personalisiert ist. Man muss analysieren, wie es jeder Person geht und welche Methoden oder psychologische Werkzeuge jedem von ihnen am besten helfen können. Es ist wirklich aufregend für mich und meine Kunden zu sehen, wie sie erfolgreich sind und wie sie ihre Ziele erreichen. Musik 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 Musik